Viel Zeit zum Handeln blieb dem Piloten Sully Sullenberger nicht. Nach dem Zusammenstoss mit Wildgänsen verlor seine Maschine schnell an Höhe. 800 Meter, 700 Meter, 600 Meter. Die Lichter New Yorks kamen immer näher, der Fluss musste zur Landebahn werden. Noch 300, noch 200, noch 100 Meter, dann krachte das Heck ins Wasser. Wenig später verliessen sämtliche Passagiere das Flugzeug, unversehrt. Flug 1549 endete als Wunder vom Hudson River.